wir machen wir mal den angst sagt mein anführungszeichen tanus kampf wo wir insgesamt 20.000 leben haben und so viel war sehr sehr krass dafür haben wir eine ar eine pump eine mp eine minigun und jetpack das benutzen wir aber denke ich man nicht und ja sehr viel fahrer wir fangen wir mussten so gekommen ist nur nicht nur die minigun glaubt mir das gibt nicht so viel schaden das gibt es zu lang aber mal sehen wer jetzt gewinnen wird wo es war auch ein trick was ich vorgestellt habe bei mir gibt ziemlich low hits und das ist nicht so ich weiß nicht was man selbst wissen was man schießen will ich glaube du hast weniger ich weiß aber nicht glaub mir du musst mit guten waffen schießen die mehr schaden machen mir egal ist gar nicht so okay weil die macht halt nicht so viel schaden ich will dem hast du sag mal 8000 ein knapp was safe weniger egal egal sagen wir nicht so das ist das scheiße sonst weiß man genau was man macht und deswegen das gute ist man kann sich nicht verkärfen aber einfach die ganze durch durchfuschen kann also die leute glaube ich die gerade zusehen du machst mir nicht so viel schaden wie ich sie glauben das glaubst du das glaubst du kannst du damit gar nicht aimen oder das glaubst du ja das glaubst du beim nächsten mal geht und das glaubst du das glaubst du jetzt bin ich ein bisschen ein minigab Ok, ne, ne, ne. Was ist eine Waffe? Das sind alle leer. Du haust schon ab. Ich glaub mit DMP drückt viel viel mehr. Mal sehen wann der erste White ist. Ist jetzt nur die Frage wer besseres Aim hat. Wer der bessere Aim hat, wird es doch gewinnen. Und der vielleicht ein bisschen technisch jetzt. Oh du bist doch nicht White, das wundert mich grad. Oh, war das grad der Hit zum... Was ist jetzt White? Ja. Ja, der hat ja auch so ausgesandt. Du musst du sehen. Where you are, bist du White endlich? Ja, da siehst du haltest du mit der Fini ja doch nicht so erfolgreich was. Vielleicht ist er nicht so krass, dass du sie jetzt schon triffst. Ich hab's ja gesagt. Nur du kannst ja nicht gegen sowas mitbauen. Jetzt wird's irgendwann zu Ende sein. Ich find's geil, du einfach mit so viel Leben zu kämpfen. Du guck mal was du da machst, Junge. Du kriegst aber nur irgendwie jetzt. Ich krieg nachwarten mal. Ja, aber dann kriegst du ja noch mehr Hits. Ui, ui, ey. Okay, so langsam geht's auch White. Aber eigentlich viel zu spät. Oh, whoa! Ah! Oh, oh, hallo! Du musst jetzt glaub, bisschen sicherer spielen. Du hast grad richtig gut eingesteckt. Glaub mir, Kevin geht in dem Modus einfach nicht. der Hand immer irgendwie durch Oha das wäre ein schöner Laser wenn ich es zu viel schluckst jetzt für mich jetzt verarschen ich habe den da mit sich drin weil sie kommst du gleich ein gern ich sind drei jahre jahre ich brauche gerne ich habe drauf und schiffst du ja bist du weg von dieser fläche als wenn man richtig scheiße er hat auch richtig nach man kommt bei der mening hat immer durch aber wirst du auch vor mir ja so langsam müsste auf jeden fall ein bisschen lohm es ist halt genau in so momenten eigentlich durchgehend nach land oh nein ich glaube es ist auf jeden fall ein bisschen mehr gerade geschaden gemacht wo mein jetpack ist kaputt kannst du dir neues holen ja das ohne jetpack ist auch leer ja hol dir neues wo bist du jungen aber wahrscheinlich geht es schon an die grenze und ist halt auch so geil man kann es man weiß halt nie wann sind die heute low und man wird wirklich knapp weil man kann zu schätzen das ist ja geil oh mein gott jetzt auf junge wie lange überlebst du noch so langsam ja habe ich war auch aber ich habe gewechselt also so langsam müsst du tatsächlich tot sein ich liebe es als ob du sagst du überlebst etwas so besser hätte so viel besser auf einmal gefunden weil normal ich glaube ich hatte freund schon so ein bisschen mehr unterschied hast du diese runde jetzt ein bisschen mehr schaden gemacht mal sehen also zu sagen nicht in dieser runde sondern ich bin mir scheiße das kann doch gar nicht sein vorhin hatte ich viel viel später erst links da weit gleich oh mein gott muss er nicht abhauen er muss ja von echt ob du noch so viel schluckst deswegen oberste ich bin mir auch ein bisschen knapp oh mein gott ohne rot es ist echt viel viel mehr ausgesagt jetzt ohne aber jetzt ist glückstern am knapp so ja jetzt geht auf jeden fall die länden sekunden vom spiel jungen aber wie gesagt einbauen bringt nicht deswegen habe ich auch weniger dazu weil irgendwann falle ich durchguckt jetzt muss es jetzt muss zu ende sein ja ich hätte jetzt noch 2000 man muss 500 rechnen ich habe jetzt 2059 krass game aber ja gewonnen habe am ende ich war aber sehr geil und hier habe ich sagen haut rein und